Und dann Moinsen zu diesem, ich sag mal, Stream Highlight X Vorbericht Video. Wir waren ja gestern ab Donnerstagabend beim Stream von den Pölers am Start, bei einem guten Toxi. Sehr, sehr geile Runde gewesen, entspannter Chat, kam sehr gut an auch, haben ein schönes Gespräch geführt über BVB gegen VfB, deswegen gerne da auch nochmal das gesamte, gesamten Stream angucken, waren es etwa eine Stunde, Stunde 15 waren wir etwa da in seinem Stream. Hier jetzt gleich ein paar Ausschilder davon, so 10, 15 Minuten lang, glaube ich, grob. Und danach komme ich nochmal wieder mit noch ein bisschen was, was zu unseren Vorberichten gehört. Deswegen wird es so ein bisschen Mischmaschvideos aus beidem. Jetzt erstmal viel Spaß mit den Stream Highlights. Wie du jetzt als Externer, sag ich mal, wie du gerade uns, den BVB, wahrnimmst und siehst, erkennst du für dich, also wenn du es jetzt irgendwie mal drauf guckst oder kannst du es einschätzen, erkennst du für dich, woran es bei uns liegt, wo das Problem ist oder hast du eine Vermutung? Das interessiert mich tatsächlich auch mal, wie wir da von anderen wahrgenommen werden. Also Wahrnehmung Dortmund, habe ich glaube wahrscheinlich letztes Mal auch im selben Talk gesagt, Wahrnehmung Dortmund ist so als Außenstehender quasi einfach Bundesliga-Fan auch in dem Sinne immer ein bisschen schwierig, weil einerseits will man, dass ihr abliefert und andererseits ist man ein bisschen genervt von euch, weil ihr halt so ziemlich die einzige Mannschaft seid, die vielleicht irgendwann den Bayern Paroli bieten könnte. Gut, gerade Union ganz oben, aber zum Beispiel auch Leverkusen von mir aus, Leipzig braucht kein Mensch da oben. Danke. Das ist die einzige Mannschaft, auf die man so ein bisschen hoffen kann, dass endlich mal die Bayern da oben vom Thron gestoßen werden. Aber es passiert halt nicht. Es passiert seit Jahren nicht. Ich muss auch sagen, dass ich so ein bisschen den Glauben daran verloren habe, seitdem ihr damals unter Fafel, ich glaube, die 9-Punkte-Führung verspielt habt. Seitdem glaube ich da eh nicht mehr dran. Es ist halt die komplette Inkonstanz bei euch. Ich dachte auch, dass vielleicht jetzt das Bayern-Spiel irgendwas auslöst. Lars Minne 2-2, ausgerechnet Modest. Da bin selbst ich durchs Wunsch immer gesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein richtig geiler Moment. Aber hat halt nichts ausgelöst scheinbar. Jetzt bei Union sich abfrühstücken lassen. Im Pokal habe ich das nicht gesehen, aber war der scheinbar nicht so ganz zufrieden mit der Leistung. Zumindest weitergekommen. Aber es ist halt komplett inkonstant. Und natürlich auch schwierig, jetzt auch da vorne in Haaland zu ersetzen. Es klappt noch nicht so alle Leute, die ihr so geholt habt, da vorne drin. Defensiv ist immer irgendwie, auch schon seit Jahren immer ein Problem bei euch. Jetzt habt ihr zumindest mal einen richtig starken Keeper hinten drin, der ein paar Sachen nochmal irgendwie retten kann, wenn da vorne was falsch läuft. Also es ist halt wirklich die pure Inkonstanz, auf deren Basis ich mir auch ein bisschen was erhoffen kann für Samstag. Aus Sicht vom VfB. Ja, zumal ja auch Silas schon gesagt hat, also er hat es sich zum Ziel gemacht, er möchte gerne gegen Gregor Kobel treffen. Ich glaube, Kobel würde das andersrum sehen. Er möchte gerne gegen Silas halten. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Wenn man dann auch auf Sven Mislintat guckt, der ja da auch einen doch sehr souveränen Job meiner Meinung nach macht bei euch, dann ist es ja schon so, dass ihr da die definitiv kreativere Lösung geholt habt. Also ihr hattet dieselbe Situation im Endeffekt wie wir. Wir hatten so ein bisschen aus der Not geboren. Klar, wir mussten dann Alea ersetzen. Da rechnet ja kein Mensch mit, dass sowas passiert. Aber trotzdem, so dieser Nummer-Einstürmer ist einfach weg gewesen. Mit Kalajic bei euch, mit Alea bei uns, mit Haaland bei uns. Und dann eben auch Alea. Und wir holen halt einen Modest. So ein bisschen komplett aus der Not geboren, so der absolute Schnellschuss. Aber wenn ich mir dann so einen Gerasi angucke, den ich nicht auf dem Schirm hatte vorher, ich weiß nicht, wie es da bei dir war, der dann einfach kommt, der funktioniert, der auch die günstigere Variante ist im Verhältnis zum Beispiel vom Paket Modest her, bin ich schon fast ein bisschen neidisch. Aber das macht eben auch so ein Misslintert aus. Ja, wobei man da auch ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, Modest, das war irgendwo klar, dass der kommt. So als Ersatz, war ja ewig ein Gerücht, dass der nochmal den Schritt macht. Ich hatte es auch irgendwo, dass es ein bisschen besser funktioniert noch in Dortmund. Kann auch noch ein bisschen besser anlaufen. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn da der Name Gerasi durch die Medien geht und auf einmal Gerasi bei euch als Balear-Ersatz dasteht, der so von vielen, wenn sie ihn noch im Kopf haben, eher von einer schwächeren Phase in Köln vor drei, vier Jahren im Kopf haben. Ich glaube, so euphorisch wäre das auch nicht gewesen. Ja, wahrscheinlich nicht. Der war jetzt in Frankreich echt in Ordnung. Also echt gut, hat er seine gute Saisons gespielt. Und bei uns war es ja auch ziemlich unpraktisch, dass halt Kalajic, ich glaube, zwei, drei Tage gegangen ist vor dem Deadline-Day. Und dann gab es ein paar Gerüchte, ein paar Kandidaten. Dann wird es jetzt am Ende Gerasi, der seinen Job da vorne sehr, sehr ordentlich macht, halt genau den Kalajic-Ersatz darstellt. Einfach einer, der wuchtig ist, der sich reinstellen kann, der Bälle festmacht, weitergibt. Eiskalt ist eben auch, das war das auch das große Problem. Eiskalt ist, der eben Erfahrung hat. Ich glaube auch 26, 27, das fehlt uns natürlich auch da vorne drin. Und da muss man jetzt sagen, wir haben jetzt ausgeliehen für die eine Saison und nach der Saison haben wir eine Kaufoption über neun Millionen. Also so finde ich auch nicht, sollten wir eh. Nein, nein, so bilde ich gerade für Stuttgarter Verhältnisse. Das sind die Dimensionen natürlich. Für die Saison auf jeden Fall. Ja, ja, für die Saison jetzt erstmal schon. Und dann guckt man halt. Vielleicht aber macht eben Gregor Kobel es euch auch nicht so leicht. Wie nimmst du denn seine Entwicklung in Dortmund wahr? War das das, wo du aus Stuttgarter Zeit und aus Stuttgarter Sicht sagen würdest, ja, so habe ich es auch erwartet, dass er diese Entwicklung nimmt. Und deswegen war es vielleicht auch für sich sportlich die richtige Entscheidung? Ja, 100 Prozent. 100 Prozent. Also der, wir hatten ja schon in der zweiten Liga ausgeliehen gehabt von Hoffenheim. Da war das auch schon sehr stark, vor allem für das zweite Liga Niveau. Aber diese Leistung in der ersten Liga, die war schon richtig, richtig stark. Und dann war klar, seitdem die Gerüchte aufkamen mit Dortmund, die waren glaube ich auch schon recht früh da. Ja, das stimmt. Ich glaube, ihr braucht ja irgendwann mal eine neue Nummer 1. War klar, dem legst du keinen Stein in den Weg. Auch ein total korrekter Typ. Deswegen, also. Ich hätte es vielleicht tatsächlich nicht so krass gut erwartet. Ich weiß aber auch nicht, ob er vielleicht einfach bei euch so dermaßen raussticht, weil er eben einer der Besten ist auch im Kader. Wenn jetzt vielleicht ein Haaland da, wenn er jede Woche wieder drei Hütten macht, würde vielleicht ein Kobel nicht so dermaßen auffallen. So als Beispiel. Aber der, wenn er jetzt sogar schon in irgendwelche Debatten reingeschmissen wird, vielleicht ein neuer Nachfolger sein zu können oder sowas. Würdest du ihm denn zutrauen, dass er das macht? Also ich sage mal klar, natürlich ist Bayern nochmal dieses eine Tickchen spielerisch höher. Weil er hat ja zum Beispiel zu Beginn seiner Dortmund-Zeit, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast noch, hat er zum Beispiel ja auch eine Aussage getätigt von wegen, ja, bezogen auf Roman Weidenfeller und die Vereinszugehörigkeit von ihm, wo er gesagt hat, also wenn er von sich dasselbe behaupten könnte, dass er quasi, weiß ich nicht, 16 Jahre Stammtaubart bei Borussia Dortmund war, mit vielleicht auch den Erfolgen dann mal, dann wäre das schon eine sehr, sehr gute Karriere für ihn gewesen. Also kriegen wir da mal Konstanz rein? Oder meinst du, er ist so jemand charakterlich, der vielleicht nach dem nächstbesten geiert? Und dann sind wir wieder los. Ich würde nicht sagen, nach dem nächstbesten geiert. Also das hat er auch bei uns gezeigt, die Identifikation mit dem Klub ist zu 100% da bei ihm. Das ist richtig gut bei ihm. Deswegen war es auch bei ihm sehr schade, dass er gegangen ist. War auch ein Fanliebling und natürlich auch einfach ein starker Rückhalt. Das Einzige, wie ich es halt sehen würde, aus welchem Argument ich es sehen würde, dass er vielleicht wirklich mal einen Schritt macht, muss es nicht Bayern sein, aber nochmal irgendwas Höheres, ist halt, dass ich ihn schon als sehr, sehr ehrgeizigen Typen einschätze. Und wenn der irgendwie merkt, ich habe irgendwo bei irgendeinem anderen Klub die Chance, Champions League zu gewinnen oder sowas, könnte das schon gut sein, dass der, wenn er so weiterspielt, irgendwann mal ein Angebot bekommt und das vielleicht annimmt. Aber vom Ding her würde er es sich nicht leicht machen und sagen, boah geil, erstbestes Angebot, ich bin hier raus. Der ist schon einer, der sich sehr, sehr mit dem Klub verbunden fühlt. Ja, und das ist ja, glaube ich, genau das Problem, was ich beim BVB tatsächlich auch aktuell sehe und was ich, ja, tatsächlich wirklich sehe. Er ist halt eben sehr, sehr, sehr ehrgeizig, wie du sagst. Und das ist zum Beispiel in Jude Bellingham ja auch und das war in Erling Haaland ja auch. Also das sind so diese exorbitant krassen Spieler, die wirklich auch nochmal die Unterschiedsspieler sind. Ich habe es zum Beispiel im Fazit jetzt gesagt. Also alleine spricht ja auch Bände gegen Hannover 96, gestern gegen einen immer noch, nicht despektierlich gemeint, einen starken Zweitligisten, aber eben einen Zweitligisten, braucht ein Gregor Kobel sieben Saves. Ja, also sieben Glanzparaden. Ja, die er natürlich aber auch macht. Also Kobel hat uns das Spiel mehr oder minder im Alleingang gewonnen oder gehalten und dementsprechend, ja, war das natürlich einfach wirklich stark und dementsprechend ist er auch völlig zu Recht Man of the Match geworden. Und da ist meine Angst halt auch, dass die Spieler, die wir im Kader haben, die das Thema, und da werden wir gleich im Chat auch nochmal drüber sprechen, also nachdem Felix dann gleich verabschiedet wird, kümmern wir uns natürlich auch nochmal so ein bisschen mehr auch um Borussia Dortmund im Expliziten, aber natürlich sprechen wir gerade auch mit dem Gast so ein bisschen mal über den Gegner, damit wir es auch besser einschätzen können alle. Solche Spieler wie Emre Can, wie Hazard, wie Meunier, der jetzt erstmal auch verletzt ausfällt, wie, ja, Nico Schulz, wie Paslak. Ich wollte es nicht sagen. Ja, doch, aber klar, Nico Schulz, kommt man ja nicht dran vorbei, leider Gottes, ja. Wie muss man gegen Borussia Dortmund spielen? Was würdest du erwarten, damit man vielleicht auch tatsächlich die drei Punkte mitnehmen kann bei uns? Ja, also ich erwarte mir, dass die da auf jeden Fall mutig hinfahren, dass sie da kein Deut weniger spielfreudig hinfahren als jetzt gegen Bochum oder vor allem gegen Bielefeld. Der Gegner ist größer, das ist ganz klar. Auswärts ist auch nie einfach. Aber wenn du da hinfährst und erstmal sagst, so wie es sind hier und pass mal auf, was so passiert, und guck mal, dass wir nicht schnell ein Tor fangen, du darfst Dortmund das Spiel nicht übergeben. Weil gerade ein Heimspiel mit der Kulisse, das muss nicht sein. Deswegen, die werden da schon aggressiv draufgehen, die werden da alles versuchen. Ich erwarte mir auch wieder eine sehr junge und auch vielleicht gar nicht unbedingt so dermaßen defensive Ausstellung. Zum Beispiel das beste Beispiel, dieses Doppelmittelfeld, was ich genannt hatte im Pokal, wo eben dann auch Führig und Mio gespielt haben, beide eher offensiv orientiert. Sowas kann ich mir auch gut vorstellen, dass er eben dann vielleicht ein Mittelfeld offensiver drin ist von Beginn an, als eben dann die defensivere Variante zu wählen. Und dann wirst du halt gucken, du weißt genau, das werden die Spieler auch wissen, Dortmund ist nicht unbezwingbar aktuell. Die haben ihre Probleme gerade hinten, gerade auch über Tempo vielleicht. Wenn ich mir jetzt zu Süle angucke, auf den Hummels oder so, gerade über Tempo, über Silas, über Sosa, über Links. Sosa hat wieder mit ein paar grandiosen Vorlagen gegen Bielefeld gewesen, top Flanken gehabt. Gerasi ist auch wieder zurück, der war ja rot gesperrt gegen Bochum nach dem Spiel, gegen Union. Also kannst du auch mit Flanken arbeiten, würde ich auf jeden Fall sagen. Und hinten musst du halt aufpassen, weil Dortmund hat vor allem vorn die Stärken, auch dermaßen viel Tempo, da haben wir das Glück, dass wir defensiv auch gar nicht so langsam sind. Man verpaart uns das auch durchaus schnell. Anton geht so und Ito und Zagadou sind auch ganz okay. Ito hat vor allem noch einen Tacken schneller als Zagadou. Da muss halt aufpassen, auch euer Umschaltspiel irgendwie zu beenden. Und eben vor allem auch den Gegner, sehr logischerweise, nicht nur bei euch auswärts, aber generell den Gegner nicht einladen, weil das machen wir gerne. Irgendwie ein dummen, fehlernder Abwehr. Müller, so gerne ich ihn eigentlich mag, aber hoffentlich macht er keinen Fehler. Dass du halt so zumindest keine dummen Gegentore bekommst, so schon mal von Beginn an. Und dann erwarte ich mir da schon durchaus was. So aus einer soliden Abwehr raus, soliden, starken Mittelfeld raus. Dann eben die schnellen Umschaltmöglichkeiten, die werden sich ergeben. Dann musst du halt, was wir bisher auch waren unter Wimmer, unterm Co-Trainer, musst du halt auch eiskalt sein in Dortmund. Also du wirst nicht wie gegen Bielefeld irgendwie zehn Abschlüsse bekommen für deine sechs Tore. Das wird vermutlich nicht passieren. Deswegen bin ich gespannt und hofft, dass die da jetzt kein Deut weniger euphorisiert rangehen, als wenn es jetzt gegen, ja, vorm Spiel durchaus klar schlechtere Gegner spielen wie gegen Bielefeld. Also was sagst du denn, was macht der VfB in Dortmund? Einen Punkt mitnehmen. Sich einen Punkt erkämpfen, sich einen Punkt verdienen. Und wenn wir rein auf Ergebnis gehen, da wir auch sehr anfällig sind, wir sind beide anfällige Mannschaften, wir kriegen gerne Gegentore auch, sind aber vorne beide offensiv, deswegen gehe ich da auf ein 2 zu 2 am Samstag. Ja, leider kein so ganz unrealistisches Ergebnis. Ich halte es jetzt einfach mal so und sage, wir haben halt die gelbe Wand, wir haben das Westfalenstadion im Rücken und wir haben Kobel, der einfach sich jetzt warm gehalten hat in Hannover auswärts. Und dann sage ich mal, wird es ein knappes 2-1 für uns. Aber ich glaube tatsächlich, also ich rechne auch auf jeden Fall mit einem engen Spiel, gerade wenn es wirklich so kommt, wie du es jetzt gesagt hast, dass Stuttgart auch wirklich mutig aufspielt. Wenn ihr wirklich hoch schiebt, wenn ihr vielleicht auch mal früh anlauft, wenn ihr presst, wenn ihr uns wirklich auch nah am Mann steht, das hat Hannover eben auch gemacht, das haben eigentlich alle Mannschaften gemacht, das haben die Bremer gemacht, das haben die Kölner gemacht, als sie was geholt haben. Ja, dann hat man da mit uns eigentlich schon den Zahn so ein bisschen gezogen, weil man gar nicht so die Zeit hatte, einen Spielaufbau zu betreiben, weil da immer einer kam und gestört und genervt hat. Dann hattest du wieder Unkonzentriertheiten dadurch, dass du einfach schnell spielen musstest. Dann hattest du Ungenauigkeiten wieder und das ist dann natürlich für euer Umschaltspiel ganz gut, weil ihr habt, wie gesagt, ja auch nicht so die Langsamsten da rumrennen. Und dann erwarte ich auf jeden Fall eine relativ enge Kiste mit eben dem etwas besseren Ausgang. Aber Philipp Schmidt hat jetzt gerade noch geschrieben, also wenn er sich das 6-0 gegen Bielefeld anguckt, dann macht ihm das so ein bisschen Angst. Wie ordnest du das denn jetzt nochmal ein? Weil Bielefeld bei aller Liebe ja momentan auch nicht in der Verfassung, wo die sich sehen wollen würden, glaube ich. Stehen ja auch zu Recht irgendwo ganz da unten und auch da Trainer, Stress und hier und da. War das denn wirklich so gut oder war es so ein Mix aus beiden, dass ihr wirklich gut wart, aber vielleicht auch Arminia nicht gut? Ja, schon ein Mix, wobei man halt schon auch sagen muss, Bielefeld war nicht gut, aber um die halt trotzdem dann 6-0 abzuschießen und nicht halt einfach irgendwie 2-0 runterzuspielen, muss halt auch selber auch einfach gallig sein und Bock drauf haben. Bielefeld kam ganz gut ins Spiel eigentlich rein, hat man auch einen ersten Abschluss, der aber dann recht ungefährlich war. Und danach muss man halt auch sagen, das war auch so ein Ding, wo es eben auch die Frage ist, woran lag es, aber Bielefeld hat sich nicht mal irgendwie versucht, hinten reinzustellen und einfach erstmal zu bunkern aufs 0-0, sondern die konnten es halt gefühlt nicht aufhalten. Da ist halt die Frage, haben die sich gefühlt ergeben oder haben wir denen gar keine Zeit gelassen dazu, dass sie sich irgendwie da hinten rein bunkern konnten? Die haben ja wirklich aufgedreht, sonst machst du keine 6 Tore, hättest auch noch ein 7. oder 8. nachlegen können, hatten noch 1-2 Pfostenschüsse. Also die hatten schon richtig Bock, also die haben schon gemerkt, ey, da ist ein Gegner, der ist komplett angenockt. Und wir haben ein bisschen Frust auf dem Fuß. Deswegen war es auf jeden Fall ein richtig starkes Spiel von uns. Ich will es nur halt in dem Sinne nicht überbewerten, weil es halt Bielefeld jetzt sich komplett ergeben haben, wo man auch da nur das Beste hoffen kann, dass sie nicht den direkten Doppelabstieg erleben müssen. Letztes Jahr waren sie noch mit uns im Abstiegskampf, das ist schon ein bisschen hart. Also es war auf jeden Fall eine starke Leistung, einfach auf eiskalt, über 90 Minuten bei der Sache geblieben. Das Ding völlig seriös runtergespielt, weil man hätte auch denken können, dachte ich vielleicht auch, gut, Halbzeitpause, nimmst halt ein paar Jungs runter, bringst ein paar Jugendspieler rein oder sowas. Ja, ja, ja. Spielst du es 3-4-0 halt runter. Nee, die haben Vollgas weitergespielt. Hilft natürlich auch so, weil so bleibst du eingespielt, so bleibst du in den Rhythmus auch fürs Wochenende und stumpfst da nicht vielleicht ein bisschen ab mit so einer eher ruhigeren zweiten Halbzeit. Deswegen war das schon sehr, sehr stark von uns, auch unerwartet hoch. So Bielefeld besiegen hat nicht erwartet, musste man erwarten mit der Lage aktuell. Dass wir so hoch abschießen, ist aber auch schon lange her, dass wir dann so eine klare Lage auch quasi unserer Favoritenrolle so dermaßen gerecht wurden. Und deswegen, da kann man auf jeden Fall sehr viel, sehr viel Hoffnung rausziehen aus dem Spiel. Immer halt mit diesem Nebensatz quasi, dass halt Bielefeld auch einfach unterirdisch war. Also ich glaube, das war nochmal eine ganz gute Einschätzung von dir da auch. Ich glaube, das wird natürlich am Samstag ein ganz anderer Ritt, logischerweise. Lass uns überraschen, bist du vor Ort? Nee, nee, ich bin auch live. Du bist auch live, das heißt, dann haben wir zwei schöne Livestreams, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Schauen wir mal, wer dann am Ende den besseren Ausgang hat. Zum Vorbericht gibt es natürlich eine Aufstellung. die gar nicht so easy war. Ich habe es jetzt hier eingeblendet. Gar nicht so easy zum Überlegen war. Nummer eins, erst mal Zagadou ist noch, also ist wieder im Training, aber noch fragt. Ich warte das Abschlusstraining ab bei ihm. Sonst steht ja alles wieder da. Auch die Gesperrten sind zurück und so weiter. Mal vor Paar und so was, sollten alles wieder laufen, sag ich mal. Nur halt Wagnoman, für den kommt es noch zu früh. Da läuft es aber scheinbar auch ganz gut, laut der PK. Und deswegen habe ich so ein bisschen was Wilderes aufgestellt. Frage hier natürlich, es könnte Zagadou spielen für Ito auf der Position. Ich habe mal Karasso drin gelassen, weil ich mich nicht rausrotieren wollte. Aktuell nicht so ein Riesenfan von Anton bin. Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass Anton da doch spielt in der Mitte. Vor Panos ist gesetzt. Endo kann gerne auf der Position bleiben. Das würde sich natürlich ändern. Vielleicht, wenn eben doch Karasso spielt, würde er da vielleicht eher auf dieser 6er Position spielen. Links so, sage ich, hier sind absolut gesetzt. Hier würde ich auch nicht, deswegen sieht es vorne ein bisschen wilder aus, nicht in diesen Doppelsturm zurückschicken. Was wir oft hatten, dann führe ich auf rechts oder so, was auch eine Option ist. So hätte ich es auch nicht aufgestellt. Mio muss eigentlich drin bleiben. Du brauchst trotzdem Ahamada, der auch vor allem zum Beispiel in Bellingham einfach mal abhält, das Spiel zu spielen. Einfach nervt das ganze Spiel dann zum Beispiel. Führig wollte ich nach Bielefeld auch nicht rausnehmen, ehrlicherweise. Deswegen habe ich Führig so ein bisschen hinter Gerasi gestellt, weil er ist ja kein richtiger Stürmer, aber so ein bisschen hinter ihn. Und vorne ein Doppelsturm ergibt sich für mich nicht, weil Gerasi und Pfeiffer, das ist so ein bisschen, ja, ein Hühnensturm da vorne, so ein bisschen dieser Terodde und Poltervergleich. Aber damals, gut, damals Gomez und Ginczyk hat ganz gut funktioniert, aber ich glaube nicht, dass er es macht, auch wenn Pfeiffer natürlich ein bisschen in Flow gekommen ist, ein paar Hütten gemacht hat. Gegen, habe ich ja auch in Streamhards gesagt, natürlich auch generell für diesen Vorbericht teilen noch dazu, dass man Bielefeld-Bochum nicht überbewerten darf von den Leistungen her und auch was das Spieler leisten konnten. Aber natürlich tat es ihm sehr gut, diese beiden Tore zu machen. Tomasch ergibt sich gerade nicht, der spielt nicht so stark. Deswegen ist Gerasi so ein bisschen der Einzige. Kann natürlich auch sein, dass er dann umstellen und irgendwas in Richtung wieder Viererkette basteln oder sowas mal vor Panos auf rechts. Ist das so richtig flügelmäßig, was hast du dann irgendwie Führig links über Flügel, Silas rechts über Flügel und vorne Gerasi so ein bisschen 4-3-3-mäßig. Kann man mal gucken, wie es da aussehen wird. So ist jetzt meine Aufstellung. Dann gehen hier auch noch mal ganz großer Respekt raus an die Auswärtsfahrer. 7.300 Fans fahren da rüber. Das Ding ist ausverkauft. Der Auswärtsblock sehr, sehr stark. Wird eine geile Stimmung sein morgen. Wir werden streamen. Ich bin nicht vor Ort, aber wir werden morgen den Livestream haben, Matchreaction-Livestream haben. Wie immer natürlich noch abstimmen für euch im Community-Tab. Natürlich Meinung in Kommentare. Ich habe ja schon getippt bei Toxi, auch in den Stream-Highlights mit drin, hier ein 2 zu 2. Bin da schon ein bisschen optimistisch. Vielleicht geht da was. Letzten Jahre war es ja oft in Dortmund so, dass wir gut mitgehalten haben, aber halt irgendwie selten gepunktet haben. Vielleicht haben wir diesmal das Glück oder es geht halt doch, wie der Toxi getippt hat, doch irgendwie knapp mit dem 2 zu 1 für Dortmund aus. Mal schauen. Und natürlich auch, was auch dazu gehört, hier eingeblendet, wie immer, der gesamte Spielwerk-Tipp. Für uns ja vor allem mit wichtig, dann auch Hertha gegen Schalke am Sonntagabend. Danke fürs Zuschauen. Lass gerne das kostenlose Abo da und bis zum nächsten Mal.